Hallo Menschen! Heute kommt mal etwas sehr, sehr anderes. Ihr werdet auch nicht mich sehen, denn ich wurde von Beardo the Weirdo eingeladen zum... Kein Mensch kann so langsam reden... Draw my Book Tag. Und zwar ist das Prinzip dieses Tags eigentlich, dass man mehrere Bilder malt mit Sketchen oder Momenten aus einem Buch und die Zuschauer sollen dann erraten, was es eben für ein Buch ist. Und das soll man etwas schwieriger gestalten und etwas lustig, wenn das so möglich ist. Aber mir ist ewig lange nichts eingefallen. Ich habe überlegt, wie kann ich das lustig machen, wie kann ich das toll machen. Und ich werde euch natürlich das Original unten verlinken, aber ich habe mich letztlich dazu entschieden, einfach ein großes Bild zu malen, was ihr jetzt im Hintergrund schon seht. Das heißt, es ist nicht so ganz das, was eigentlich geplant war, was ich machen sollte. Falls ihr mitmachen wollt am Ende, wenn ich dann nochmal was... Könnt ihr es natürlich machen, wie ihr wollt. Eigentlich ist es anders gedacht. Ich werde jetzt einfach ein Bild malen und das Ganze natürlich auch so ein bisschen verschnellern und schneiden, damit ihr nicht 15.000 Stunden lang zugucken müsst, wie ich da zeichne. Und los geht's! Platz falsch eingeschätzt. Ich glaube, an diesem Zitat wird man das Buch erkennen und auch nur an diesem Zitat, denn alles andere hat wenig damit zu tun oder ist zumindest nicht sehr deutlich. Na ja, schaut mal weiter zu. Linien, 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 Linien... Dieses Gesicht hat mich in den Wahnsinn trinken. Sie sieht asiatisch aus. Das ist sie aber nicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Einfach mit Haaren, weil das ist sie aber nicht. Scheiße auf das Gesicht. Ähm, ja, Gesicht, Gesicht, Gesicht. Jetzt hat sie einfach irgendwelche anderen Augen gekriegt. Ich hatte keine Lust mehr, so zu tun. Mich zu bemühen. Und da habe ich überlegt, ob ich es ausmale oder schwarz-weiß lasse und eher schlaffiere. Und wie ihr seht, habe ich mich für die Copic-Marke entschieden. Die habe ich seit über sechs Jahren nicht mehr benutzt. Das sieht man jetzt vielleicht auch an Ergebnissen ein bisschen. Ich bin überhaupt nicht mehr geübt und es tut mir auch so leid, dass die jetzt so lange ungenutzt rumlagen. Die waren ja unglaublich teuer. Und da ist auch schon das fertige Bild. Super zufrieden bin ich nicht. Die Falten sind ganz nett. Und da ist das erkennbare Zitat. Tja. Immer für den Check. Und sonst werde ich eigentlich erstmal nie wieder malen. Zitat. Untertitelung des ZDF, 2020